Ja, und willkommen zur neunten, ich wollte gerade sagen, es wird tun, Markkatt8-Folge, Markkatt8-Online mit dem E-Mail. Hallo. Und, nein, wir nehmen diese Tage, diese Tage, diese Folge nicht, ähm, ja, nach der achten, siebten und sechsten auf, weil die haben wir ja auch, alle drei habe ich ja auch alle drei mit dem E-Mail gemacht. Und, ja, wir nehmen die jetzt, ähm, wie lange ist es her, dass wir die anderen aufgenommen haben? Ich bin direkt hinter mir. Im E-Mail? Äh, weiß ich nicht. Okay, ganz gut. Ne, ähm, hast du es gerade gesehen? Ach, ne, ich würde auch nicht sagen. Warte, ich will nicht in die Pilze von ihm stehen machen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Das ist unfair. Ich mache halt einfach keine Fehler, aber ich werde die ganze Zeit abgeworfen. Ja. Ähm, es ist jetzt, ich schätze, ich bin nicht blöd. Ja, es ist genau zwei Tage. Vor zwei Tage habe ich die andere Film aufgenommen. Und, ja, ich habe keine Ahnung, meine, diese Folge sät, aber. Oh, mit Pilzen kann man echt gut abkürzen. Du weißt das? Ja, wenn sie rauskommt. Ja, dann. Ach, echt. Ich würde damit, würde ich, ähm, ja, die Appetitzen. Und wo, mit den Pilzen kann man echt gut abkürzen. Also, das ist echt viel abkürzen, ne? Der Stern hat mir so gut wie gar nichts gebracht. Ich kann mal ein bisschen ausschicken. Ja, ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich hab gar keine Ahnung. Wo ist denn der Erste? Oh, ich kann gerade die Map nicht aufrufen. Das ist blöd. Ähm, hallo Erster? Also, wenn noch ein Erster existiert, wäre ja schön. Der eine ist direkt von der Nutzung. Wie ist es denn jetzt vor mir? Ich hätte ihn kurz gucken. Und wieso? Nein. Ich hab natürlich nicht das Item mitgenommen. Okay, der ist schon vorne. Ja, jetzt überholt mich noch der anderen. Ja, die haben wir jetzt zweimal hintereinander. Hä, ich hab jetzt zweiter, das achte Item. Hast du gesehen? Ja, ich seh's gerade. Oh, okay, man sollte... Man sollte nicht einfach das achte Item alles rauswerfen. Das sag ich immer, mach's aber trotzdem. Ähm? Der ist, der ist gut geworden. Das ist echt schnell. Ich hab gerade meinen... Ja, ich geh gerade vom Blitz getroffen. Ich bekomme nur Stern und dieses... Uh! Gäbe nur einen Stern, hast du mich vom Blitz getroffen. Und die da unten hat er einen Stern. Richtig fies. Muss ich ihn doch abschießen, bitte. Sag mir, dass ich ihn noch erwische. Nein. Kannst du mir nicht erzählen. Uh, ich hab acht Item! Bitte, bitte. Das kannst du mir nicht erzählen. Hä? Ja, natürlich. Mann! Vielleicht schaffst du's dann mal. Es gibt zum Beispiel Leute. Ah, hinter dir hat genau auch jemand ne Rakete. Hä, schaffst du... Weißt du, die Rakete hat echt lange gehalten. Ja. Einfach... Ich wurde halt so oft getroffen von... ...die Sachen. Also. Ähm. Okay, der eine ist echt weit. Hä? Das scheint nicht schlecht zu sein. Guck mal, die eine ist hier. Die ist noch nicht mein Ziel. Toll. Also. Was lernt man daraus? Vielleicht will die ja noch aufholen. Ja, man sollte schneller sein. Okay, ja. Dann sehen wir uns auch schon auf der... ...zweiten Map. Ciao. Ja. Emil, du hast... ...1127, ich hab's grad noch mal gesehen. Soviel Punkte hast. Und wieviel Punkte möchtest du noch? Äh, komm. Ich weiß, ich weiß... Das hab ich dir vorhin schon gesagt. Ich hab dich vorhin schon gesagt, wenn ich mir jetzt nicht sagst, dann fragst du ihn. Und das hab ich auch schon gesagt. Minus 10 Punkte. Ja, ne, keine Ahnung. Nein, sagt man, komm. Wenn ich dir noch rausgefunden habe, ja, sagen wir mal... Wir schaffen... Wir schaffen... Wir sind noch... Ah, du hast jetzt in... M... In drei Folgen 100 Punkte bekommen. Und das ist nicht immer gut, er sich nicht immer sind, was nicht immer so gut sind. Also... Das ist unfair. Oh, ach nee, wird von einem ruten Panze getroffen und bin... Und wenn mir... Wenn mir die Abkürzung nicht funktioniert, das ist unfair. Weil mir das ist... Und ich hab die Pilze. E-Mail, was ist die Abkürzung, die du jetzt mal immer nicht erwischt hast. Oh, die geht... Hä, wenn man drückt, geht ja perfekt. Ich hab kein Item bekommen. Das hättest du grad sehen müssen. Ich hab's gesehen müssen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Echt? Erster. Ach, du bist... Nein. Ich hab's auch in den reingefangen. Das müssen trotzdem... Äh, doch. Ich hab... Ja, wie dir mit deinem... Mit seinem Stern, was ich drifte so? Er mit seinem Stern. Ich hab's schon gewinnt, Schatten. Cool. Gönnig. Lass uns doch nicht verschwenden. Hier gibt's doch diese Abkürzung. Ja. Echt? Okay, also das ist die erste Abkürzung. Bei der Woche... Da muss ich nur driften. Oh. Ja! Hast du... Oh mein Gott, hast du's gesehen? Ich bin grad... Ich wär grad aus der Web rausgefallen. Und bin dann nochmal gedriftet, also hab's dann auf den Driftenknopf gedrückt, um zu springen. Und hab's dann doch noch geschafft. Das ist so benenn ich die Folge. Ja gut, wie soll man so die Folge benennen? Aber irgendwas wird mir schon einfallen. Machen wir dann... Den längsten Drift der Welt? Ach nee. Okay. Gut, dann könnte ich jetzt... Äh... Uh, ich bin zweiter und direkter zum ersten. Nein, das ist ne Banane. Wieso krieg ich ne Münze, ne Banane? Hä? Ist doch unswer. Und hier bin ich drüber geflogen. Ja, in dem Moment, wo ich erster wäre, gibt's ne Erste. Natürlich werde ich direkt auf der... Ja, ich flieg nicht mal nach vorne bei der Rampe. Ich bin jetzt vierter. Ich war grad erster. Krieg wenigstens Pilze, nein. Äh, überholt mal schnell jemand. Ja, bin ich, ich bin dritter. Oh, ich bin jetzt sowieso im Ziel. Hä? Mann, du hast die getroffen. Aber ja. War trotzdem noch, ähm, weiter vorne. Und? Da hat man uns... Emil, du kannst danach essen. Sonst hat man wieder nichts. Okay, du hast 1133. Wir sind nur acht Leute. Gerade waren es noch zwölf, ja gut. Ja, dann... Emil, du kannst essen, wenn nicht aufgenommen wird. Okay, dann... Ja, bis gleich. Gut, wir sind fünf Leute. Was sagst du dazu? Wir lieben alle. Ja. Kannst du nicht... Kannst du nicht essen, wenn... Mann, ess nicht in deinen Aufnahmen. Das macht man nicht. Ich werfe eine Banane. Ich werfe eine Banane. Wird er in der Banane landen. Alles gleich landen auf meine Banane. Ich werde trotzdem überholt. Perfekt. Und ich habe Winschappen. Ich hatte Winschappen. Kannst du das, wenn du... Wenn? Was war das? Was passiert, wenn man gegen einen Pass fährt? Hä, sind dann, äh, wirst du gestoppt. Ja, ja, ich bin aber gerade geboostet. Ach so, ja, da können, ähm... Items in seinen Bananen. Das ist doch auch bei den Fässern, ähm, auf... Ja, verschiedene Strecken. Ähm, oder bei solchen Kästen. Ah, da gibt es eine Abkürzung. Ich behalte einen Pilz. Ach. Bruder Panzer. Da gibt es links eine Abkürzung. Siehst du die? Ja. Die müssen wir mit dem Pilz nehmen. Die holen es mich. Ich bin Shatter, weil ich vom Brut-Panzer getroffen wird. Bitte schnapp mich das Item weg. Gut, ich habe es auch nicht weggeschnappt. Also in Pilzen, äh, in Pilzen fässern können halt entweder Pilze oder Bananen oder sowas drin sein. Uhuhu. Nicht bitte auf mich werfen. Kann sich hinten werfen, um den paar guten Panzer abzuhören. Und ich habe eine Geranje, die leider nichts machen kann. Hast du schon wieder einen Boomerang nach vorne geworfen? Ja, ich wollte es sehen vor mir. Die, äh, Kate. Ja, natürlich. Die Kate hat mir in den letzten Momenten noch mein Item weggeschnappt. So wünscht man es sich natürlich. Aber wenn du wieder einen erinnerst. Nein! Wie wäre der getroffen hast du das gesehen? Nee. Hab ich nicht. Aber ich habe gesehen, dass die Kate gerade, ja, getroffen und sofort wieder Unpilzer hatte. Und falls mal den anderen Weg, bringt der was? Ich freue ihn auch. Ja, der ist doch viel kürzer. Nein. Ich glaube nicht. Und jetzt weiter. Ich bin trotzdem über den Fässer und Ausweichen. Alles klar, wie sie kriegst als Schumpster sowas. Nein, bitte nicht mich mitnehmen. Dankeschön. Ja, was? Kann ich aber echt nicht. Ja, ja, ja. Habe ich auch nicht behauptet. So, Dankeschön gesagt. Oha. Längster Drift der Welt. Okay. Die Folge kriegt auch den Namen längst durch die Welt. Und jetzt weiter. Und ich kann die Abkürzung nutzen. Längster Drift der Welt. Ne, Abkürzung doch nicht genutzt. Längster Drift der Welt und Fail by Abkürzung. Hast du das gesehen? Ja, ich habe meine Pilze nicht eingesetzt und deshalb. Oh man. Richtig verstanden. Nein. Du wartest. Nein. Kann sie nicht warten mit Essen? Das ist aber schwierig. Nein. Ein paar Sekunden zu warten. So. Setz dich hin und rede. Jetzt darfst du reden. Was reden? Ah, das konnte ich noch mal sagen. Ja, ja. Ja. Was willst du von der Map? Big Blue ist böse für den Laptop. Der stürzt da mal ab. Ne, weil immer da die Batterie leer geht. Ich mag eigentlich keine Rechte. Doch, Baby to Park. Baby to Park. Ja. Okay. Das ist ja eine Strecke siebenmal, gell? Ja. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Ja. Was sagt man dazu? Da ist einer. Ein Amerikaner. Wie sag ich ein Amerikaner dazu? Das klingt vor, als ob ich irgendwie rassistisch heute bin. Da ist ein Mario Kart 8. Der hat 740 Punkte. Was hat der gemacht? Wie kann man 740 Punkte bekommen? Das heißt, der hat 260 Punkte einfach verloren. Aber am Anfang gewinnt man ja, kriegt man auch noch sehr viele Punkte und so. Wie kann man den? 1000. Hat der mal angefangen. Ja, ja. Aber man kann doch nicht 260 Punkte verlieren. Und keine... Ja, man kann doch... Hä? Ich war vierter und hab den... Ich hab den Pilz abgeworfen. Echt? Dann ist der nach hinten gefahren. Und dann ist er durchgegangen. Ach. Ach. Ich hatte einen Brückenpatzer. Ähm. Aber was ich nicht verstehe... Wie kann man denn 260 Punkte da verlieren? Weil... Am Anfang... Also wenn du halt... Du hast ja 1000 Punkte und so. Wenn du noch 1000 Punkte hast und nicht schon 2000 oder so, kriegst du ja generell auch mehr Punkte. Voll... Unabhängig mal vom Platz. Und ich schieß mal den ersten ab. Ähm. Hast du mich abgeschossen? Nein, das war der Raven. Die. Raven. Ah. Hä? 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 Ey... Etwa? Hä? 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 Äh? Äh. Hä? kann ich noch treffen so lange über mikrofon ich höre mal rein genau deswegen weil ich wieso geht so lange gefahren ist ja gut das so wahrscheinlich hat der punkt typ 260 punkte verloren weil er hier der ist mit wegen steuerung gefahren okay dann bis gleich naja gut guckt aber da ein da gab es jetzt auch kurzer vorgibt so kleinen abkürzungen guckt hatte hier gibt es diese abkürzung davor kann doch einfach das gamepad ist nicht eigentlich sehr viel schneller weiß gar nicht was sie bringen also wahrscheinlich wird man schneller ist ja logisch aber ja weiß nicht was sie bringen soll mehr um die kliniken um den wirst du musst du nicht ich hatte einen roten Panzer und den habe ich jemanden geschossen um die abzuhalten aber da war es dann doch schon eine das war so klar jetzt werde ich auch noch niemand gebustet und gesamt hallo ich bin neunter du musst es für die abkürzung ich habe die abkürzung genommen und und jetzt kann man sich nicht mehr perfekt Emil nicht dieser kleinen abkürzung in die große abkürzung die muss man nun kann nur mit Pilzen nehmen ich hatte keine Pilze und hab's versucht ihn zu nehmen und deshalb erzieht und sofort wieder Achter mal sieht was schätze ich dazu ist ich schätze ich werde vierter und du ja gut wenn ich kein Item bekommen wird es schwer aber was nicht ist kann noch werden ähm jetzt krieg ich ja wieder Items und ich krieg drei Abkürzung jetzt jetzt nehme ich diese abkürzung aber sowas von alles ist ich kenne ihre ihren Namen guck ich hab die riesen abkürzung genommen jetzt bin ich sogar voll hier wieder oh du hast mich geboostet dankeschön das war ich schon wieder geboostet und ich bin sechster na erste Seite hallo 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 nein ich bin direkt hinter dir komm ich krieg kein Wünscher man fies ich hab gesagt ich werde vierter ja ich halte dir mal die ich hab äh ich versuche dir welche abzuhalten oh ich hab's in diese Kate hallo ja ich hab die Kate ab du was du das du warst das du bist doch eh schon wieder bei mir also ja egal ich hab gesagt ich werde vierter wenn ich jetzt dritter werde ist das schlecht glaub ich hier gibt's die Abkürzung was du nicht gesehen hast bei mir du kannst ja später im Video gucken keine Ahnung okay nein 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 ich werd nicht vierter ich werd dritter nein nein alles nein das wird du wirst ja ja gut im letzten Moment nein ich hab keinen Bock mehr nach dem vierten und siebten okay aber trotzdem darfst du jetzt nichts essen lass es man kauf dir nie wieder Süßigkeiten mit na gut das wird nicht klappen das ist unfair ja hier seht's ja einer 728 guckte ich hab vierter nur weil ich ich hasse ich hasse diesen Raven du hast sowieso jeden ja ich mag eigentlich in den waluigi nicht waluigi waluigi dabei ich hab keine Ahnung gut der hat mich in offland oh ja stimmt ich wollte jetzt eigentlich noch eine Runde starten aber ich lass es immer drin das rausgehen egal ich will jetzt eigentlich noch eine Runde starten aber ich seh grad Aufnahme fast 19 Minuten und es werden wahrscheinlich geschnitten ich hab irgendwie immer keine Ahnung ja 18 Minuten oder so sein bisher okay ähm hast du noch was zu sagen nein ich kann's natürlich nicht sagen was ist das warte einmal bis nach der Aufnahme bitte du hast nichts mehr zu sagen ne ja jetzt versuchst du die einfachen Wörter zu sagen ja äh wieso sag mal irgendeinen schwierigen Satz äh äh Donaut Dampffschifffahrtsgesellschaftskapitänspüze Dampffschiff Dampffschiff Dampffs Dampffschifffahrtsgesellschaftskapitänspüze eres nicht versprochen nein dapffschiffffisch Fischerspritz Frischerspritz ja 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 okay ja dann ähm macht es gut habt noch einen schönen Tag du willst nichts mehr sagen ne außen tschüss kommentieren nicht verbessern vergessen und ihr könnt auch noch irgendwie bewerten wie ihr halt lustig seid ja Und über den Kommentar, wie gesagt, freue ich mich immer. Okay, dann macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.